So meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Firewatch. In der letzten Folge haben wir schon viel erlebt. Hier ist eine Tasse, Schreibtischlampe. Wir haben ein bisschen aufgeräumt, so wie es hier aussieht. Schaut. Das funktioniert immer noch. Und wir nehmen unser Funkgerät und tun es mal antworten. Ich habe eine Rundschaft, freigeschalten. Erster Tag. Okay, es gibt keine Alternative. Pflanzenwelt. Kalender. Karten. Thermos Cannon. Manly for James. Ja, warum kann ich das nicht wieder hinstellen? Na. So, was ist das hier? Kann ich nicht nehmen, leider. Ohlsgattisch, Ölseife. Ja, das kann ich nicht nehmen. Hier ist noch Misli, so schaut das aus. Hier unten sind Bohnen, Konserven. Äh, was ist das? Poison Don'ts. Okay, ist wahrscheinlich, äh, ein Ohrschentierstand, irgendwas. Zack, zack, zack. Das war Behälter. Spülmittel. Ah, jetzt wieder das Problem. Hey, will höher zählen. Will höher zählen. Genau. So, wunderbar ist draußen. Wir haben das Feuerwerk. Na, stellen's mal zurück. Und... Tasse nehmen. Oh, da war da grad noch was drin. Ah, ja. Stell ihn mal wieder zurück. Wir nehmen unseren Rucksack hier. Äh, Tür öffnen. Tür öffnen. Achso, der nimmt den automatisch mit. Moment. Unser Funkgerät ist noch da drin? Ne. Haben wir dabei. Haben wir dabei. Es soll jetzt Richtung Nocken gehen. Ich geh jetzt mal hier runter. Wunderschön. Diese Sonne. Es ist einfach herrlich. So. Mal gucken mal... Wo Noten ist. Noten ist in die Richtung. Achso. Prüfe die Vermeldeleitung wirklich des Canyons. Was. Müsse wahrscheinlich da hoch. Ah, hier. Genau. 2,1. 10 Kilometer. Insgesamt. Okay. Wir gucken auf jeden Fall mal dorthin. Und nochmal. Zack. Ah, schade. Geht nicht. Ich hab gesagt. Da könnten wir auch runterlaufen. Geht's hier noch lang. Okay. Mal gucken mal M drücken. Na, ein bisschen da runter. Wir sind ganz... Ups, da. Wir sind ganz runter. Äh, zwei hier. Ein bisschen ganz haut. Ja, wir springen hier einfach runter. aber ich schon wieder fast vergessen das ist gerade ein bisschen ein bisschen Erde runtergekommen wenn wir jetzt hier runtergegangen sind hier ist ein bisschen Nebel kalter Morgennebel Nebelmelden antworten ne antworten na ok Oh, okay. Okay. Okay, good. No, I don't think he has any idea. I'm absolutely sure. Would you? Alright. I'll let you know if anything changes in that regard. Jo. Mach ma. Hey, sorry about that. Anyway, I thought about it and that story is cute and... Sorry, but you said we? You owned him with someone? Answering? In a conversation? About me? Who was that? I don't think he has any idea. What was that? Were you talking about me? What? You left your button pressed or something. Henry, that call was work. I was just talking to... Actually, it's not really your business. Why are you freaking out? I'm not freaking out. Okay. I'm gonna go quiet for a little bit. Call me if it's important. Yeah, we have a little bit of a way for us. This is very good. Here's what's back. Okay. Now we're going to go here. We're going to go on the line. Now everything is okay. 1,3 1,7 No. No, no. No. No No, no. mhm. no, no 's schau doch bisher alles okay aus oder es muss an er gibt es nur noch oben und ganz auf die map gucken so trüben müssen kälte schon mal kurz Prozent in Warte hinten ich denke da ist ein Kölsch kann man da hier rüber ne so wie anders hin so auch nicht einmal komplett außenrum hier auch da oben da hängt die Leitung runter gehen wir gleich hin hier müssen wir aber erstmal auf 555 1 2 3 4 andersrum machen können wir haben bisschen kürzer gewesen so karte informationen abschreiben zack 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 dann hier noch tanzapfen ein brett ok tanzapfen ok ok 6 feet down under also 6 fuß hier down under ist australien und das steht auch 6 meter unter australiens erde kann man erstmal hinwerfen ja zack ist ja noch irgendwas greifbares äh kann man es ja wieder reinlegen zack 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 hoch dazu müssen wir mir jetzt hier rüber ich nehme mal die karte in der hand hoch genau irgendwie auf die anhöhe kommen so auf jeden fall erstmal hier hintergehen und da hoch wo ist denn bierdosen wo ist denn bierdosen bla 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 soo strommast oh ok strommast das ist ein strommast hey so the wire is definitely down out here i just found it yeah the thing is doesn't look like the wind it looks like it was cut deliberately it's snipped clean through and there's a bunch of beer cans out here the same beer those girls were drinking they also left us a message these idiots are gonna pay do they realize this is how people die i mean what if something happened in one of my lookouts while this was going on and god forbid there's an actual fire in the truck that looks like a motorhome yeah i want you to go find them go hell i i haven't thought that far ahead that's not true everything that comes to mind is illegal hmm let's hear it oh yeah hey i came out here for a breath of fresh air and some adventure what do you got i think i want you to just find them and scare the hell out of them yeah i'd make a spooky ghost costume but they stole my sheets i don't know um wait for them to wander off and wreck their camp something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy ha 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 i'll find them thanks but i am gonna need a raise don't hold your breath i'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them oh they're big into red eagle heh great see if you can find the path they took down from there maybe they looped back around towards the lake or something i doubt they were where they were yesterday but they obviously can't have gone far hmm that's right let's take the beer bottles here for sure mm mm ich gehe auf jeden fall erst einmal hier zum beehren und gehen auf jeden Fall erstmal hier zum und gehen wir zum möglich 3 0 5 dahinter auf jeden Fall gibt es da hier abwärts etwas längere Tor, wir gehen jetzt erstmal zurück zur Hülle ah ja oder auch doch nicht ja 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 weiter gehen woanders hin gehen geht es überhaupt komme ich von hier aus woanders hin hier ne jetzt nicht oder doch ne gibt keine Anzeichen darauf auf muss mal einen anderen Weg suchen hm 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 schade oder kann ich wenn ich ganz weiter vorstelle schade sehr schade so habe ich jetzt schon verloren hier kann ich nicht drüber ich gehe noch mal ganz nach oben da war ich gerade um um jungen da auch nicht hier wird er ein v und ich weiß nicht, eine Bierdose. Weg damit. I found it. Super. Jetzt auch eine Bierdose. Zack. Wieder so eine Aue. Ja, hier kann man drunter durchgehen. Kommt da jetzt hier von hinten dran. Okay, also es ist auf jeden Fall eine Abkürzung. Und da bin ich jetzt schon mal von hinten dran. Das schaut auch schon mal super aus. Hui, da komme ich dann auch wieder nicht hoch. Super. Aber ich glaube nicht, dass die Mädchen hier hinten waren, weil... Guck mal, die waren... Willi, hier. Bis zu offen. Und, äh, ja. Karabiner. Man kann auf die Map gucken. Ich bin, äh, kurz vor den Cash 241. Da oben ist ein Karabiner. Hier ist ein Rucksack. Nehmen. Okay. Okay. Oh, ja. Hä, wer ist denn hier? Ja. 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 I just haven't heard that name in a few years. Hey, wer tut er erst mal hier? Is he lustig? Ich kann nur 18 Fotos machen. Um, sec. Um, sec. Ah. Was ist das da? Äh, nee. Dünner Rauchsäule, ja genau. Die habe ich gerade gesehen. Okay, ach da hinten. Es ist ja ganz schön weit weg, ist er hinter dem Jason Lake. Okay. Das ist ja mega weit weg. Wie gehen wir jetzt hier? Gehen wir mal hier hoch. Zack. Zack, zack. Verbrannte Baum. Okay, hier ist ein Schmetterling. Komm, lass mich in Schmetterling fotografieren. Äh, ein bisschen rennen. Zack, zack, zack. Äh, Schmetterlings wieder zurück. Sehr gut. Sehr gut. Instand. Instand voll. Äh, hier bleibe ich an den Tannen hängen. So war das auch nicht abgemacht. Versorgungsstation und Feierwachtturm. Genau. Zack, zack. Zick, zack, zuck. Geht das hier? Äh, ja. Äh. 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 Ihr braucht nur hier in Ihren Hände. Ich glaube, ich weiß, wie es ist. So... Du hast die Arbeit in den Köln-Den in den Köln-Den in den Köln-Den in den Köln-Den? Ich bin selbst, dass ich jemanden von jemanden verletzt wurde. Aber ich weiß, dass ich ein bisschen ausgleicher bin. Ich weiß nicht, dass ich das nicht so sagen kann. Ich meine, ich bin jemanden und ich bin der nächste Person sehr interessiert. Ich bin eigentlich married. Aber du bist hier. Sie ist schuldig. Ich bin hier nicht, aber ich bin. Ich bin, ich bin sorry, Henry. Was ist das? Wir werden in den Köln-Den. Okay. Well, in the meantime, du bist hier. Und es ist schön. Und das Skipping ist nicht immer etwas schlechtes. Ja, sicher. Ich muss gehen, aber ich habe eine Radio. Okay, kenne mich, wenn du brauchst. Ja, zack. Ich vergesse es immer mit der Leertaste. Ich würde mal die linke Maus zu drücken. Das ist so eine Gewohnheit von mir. Zack. Leider? Flapjack? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Äh, nein. Ich glaube, die Brücke ist hier raus. Ich glaube, ich könnte diese Gap zu drücken. Ah, du bist ein regularer Evel Knievel. Oh, ja. Du solltest die Gap zu drücken. Ich gehe jetzt hier runter. Oder nach oben. Entschuldigung mal kurz auf die Map. Wenn wir jetzt hier rüber springen, sind wir auf der anderen Seite. Wenn wir runter gehen. Na, ich gehe jetzt runter. Und, upsalaam. Äh, zurück zum Lake. Aber, das seht ihr dann in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Äh, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und, äh, ja. Ich pack die Karte weg. Machen wir ja ein liebisches Abschluss vor dem. Oder so vielleicht, eventuell. Zack. Verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Und sage... Ciao, ciao.